In einem fernen Land, weit weg von allen Imbissbuden, wächst ein kleiner türkischer Junge auf. Tarkan, Herr des Jüngers. Der kleine Tarkan wird von einer Affenmutter entdeckt. Als Tarkan enter wird, zweifelt er an seiner Identität. Tarkan, was machst du da? Warum bin ich anders als die andere? Nein, du musst von mir gehen. Darum. Nein, Herr, mir schaffst du die zweite Breit. Herr, mir schaffst du die zweite Breit. Kein Döner. Ja, aber Güros und Melonen. Güros? Halt still. Ich hasse Güros. Das weiß ich doch. Aber weißt du, was wir machen? Wir machen dir einen riesigen Döner mit rotem und weißem Kraut, Tomaten, Zwiebeln, viel Hammelfleisch und alles in einem großen Fladenbrot. Mit alles. Komplett. Na, Tarkan, was würdest du dazu sagen? 6,50. Aber der hat weiter Nummer 1 im Sinn. Döner. Doch die gibt's im Urwald nicht. Ah, ah, Tarkan, es gibt keinen Döner. Oh, lecker Döner. Das ist kein Döner. Das ist eine Honigmelone. Haha, sieht aber aus wie Döner. Hallo, Tantchen. Hast du was dagegen, wenn ich Tarkan's Döner nehme? Melone. Hast du Probleme? Also, ich hab Melonen. Ich werde, oder ich werde Topstar in Deutschland. Dann lernt Tarkan Jane kennen. Oh, schickere Döner, schickere Döner. Oh, schickere Döner, schickere Döner. Er entschließt sich, sie zu retten. Aber dafür muss sie seine Frau werden. Ich hab mich entschlossen, dich zu retten. Aber dafür musst du meine Frau werden. Kannst du Döner machen? Schon nach kurzer Zeit sind die beiden unzertrennlich. Jane, komm rüber, mach Döner. Was heißt, kann ich nicht? Hast du gesagt, du Gast? Die Schule zur Rübe kommt. Ich hab Hunger. Und hör endlich auf zu schrei. Sonst gibt's ein Dönerwetter. Siehst du, Dönerwetter. Wird Tarkan seinen Döner bekommen, erleben Sie einen wunderbaren Film für die ganze Familie. Tarkan, ab Dönerstag im Kino. Tarkan, ab Dönerstag im Kino.